Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tipp der Woche. Heute mit einer weiteren Spielform. Wir nennen sie in Mülheim Einzeldoppel. Dabei geht es darum, dass zuerst auf jeweils zwei Halbfeldern ein Halbfeldeinsel gespielt wird, parallel gleichzeitig, so lange bis einer von den beiden Halbfeldeinseln beendet ist. Danach geht es dann sofort weiter mit dem anderen fliegenden Ball als Doppel. Beide Punkte werden nachher zusammengezählt. Wir spielen meistens bis 21 einen ganzen Satz. V playoffs für sechs zwischend Communications. Forhe shock zum Thema Punkt wont dann bei Gott? Eure Ausmaß. Asiale ifwand. V Chinat ist Maschine. Bleistelung. 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 Okay, diese Spielform nehmen wir gerne als Einstieg in eine Einheit, um auch ein bisschen Spaß aufs Feld zu kriegen und danach mit guter Qualität weiter zu trainieren. Viel Spaß damit und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Anstieg.